Ja, wie jedes Jahr war die Amateurmannschaft des Schalke 04 hier im wunderschönen Grinziel, auch in dem schönen Hotel Digitalis. Nur natürlich, das Wetter hat nicht so mitgespielt, aber da können die Jungs vom Hotel nichts dafür. Im Gegenteil, es war eine sehr angenehme Atmosphäre, sehr nette Mitarbeiter. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt, wurden gut versorgt, haben auch wirklich gut trainieren können, was die Hauptsache ist. Aber natürlich dieses wohlige Gefühl, um besorgt zu sein, ist hier jeden Tag gegeben. Und dafür meinen herzlichen Dank.